So, ihr habt ihr den Spruch gesehen, da habe ich extra einen Auftrag gegeben in einer Firma, die ist irgendwo in Süddeutschland und das war auch gar nicht teuer. Da habe ich jetzt irgendwie mit Lieferung und mit dem Druck habe ich irgendwie irgendwas in die 28 Euro bezahlt. Das war ganz nett, das ist ganz individuell und ich liebe diesen Spruch, ich finde den toll. Ja und jetzt seht ihr hier an der Wand, haben wir jetzt mal das Innen, diese Innenblätter von dem Bilderrahmen hier aufgeklebt, um mal zu gucken, wie das Ganze hier passt und ob das überhaupt aussieht und ja, ich finde das ist ein cooles Muster, das ist jetzt einfach so entstanden, das haben wir gestern Abend gemacht, einfach alles aufgeklebt mit Tesafilm, dahinter ist Latexfarbe, das löst sich alles ganz easy ab und ja, jetzt haben wir ein Gefühl dafür, für die ganzen Größen, weil wir hatten nämlich schon vor einiger Zeit ganz viele Bilderrahmen gekauft, aber das waren zu wenig, das war praktisch nur so dieses untere Drittel und ja, und deswegen waren wir gestern noch mal los und haben noch ganz, ganz viele Bilderrahmen gekauft und ja und somit haben wir jetzt hier praktisch die ganze Wand voll. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Wir haben auch noch ein paar übrig, die kommen noch an eine andere Wand im Flur, da kommen auch noch ganz viele Bilderrahmen hin und ja, jetzt werde ich in mein iPhone gehen und dann ganz viele Bilder favorisieren und dann gehe ich dann zum DM und dann werde ich die entwickeln und dann kommen die alle da nach und nach schön rein, eine schöne Familienwand sozusagen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ich würde mich dafür interessieren, wie ihr diese Wand findet, also ich finde die ganz cool und ja, ich freue mich schon auf das Ergebnis und ja, sage mal, bye bye und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Euer Panda, ich möchte auch Bilder, ein Bild von mir haben. Ich möchte, dass du auch von mir ein Bild aufhängst. Das siehst du, der macht mich fix und fertig. Tschüss.